Und ich habe gerade gesehen, ich habe genug Geld. Ich habe richtig gutes Geld bekommen. Jetzt mache ich das mal, dass er die Kellner-Tabletts bekommt. Trinkgeldgläser. Die kann ich mir auch schon kaufen. So, dann kann man Trinkgeld für den Kellner machen. Ich habe jetzt Trinkgeld reingeplatzt, äh, platziert. Auf dein Baumenü musst du dann unten. Geh mal auf dein Baumenü, wenn du es gekauft hast. Ja. Und dann Inventar. Inventar. Und dann platziere es auf einem Tisch. Auf einem Tisch, wo Kunden drauf können. Die geben dir dann Trinkgeld. Die geben dann Trinkgeld. Und sammel mal, ist dein VIP-Kunde weg, dann sammel mal ein, was da liegt. Ja, ja, da ist ganz schön viel passiert hier. Ja. Da liegen aber noch Sachen. Ja. Und dann steht da, was er dir gegeben hat. Da ansprach ein Big-Customer, super. Da hat er mir noch ein Geschenk, eine Redwood Bowl. Echt? Ja. Ich habe von dem... Könnte ich bitte Zwiebelringe haben, selbstverständlich. Ich habe von dem, was... Ich habe was anderes bekommen. Ich hatte... Wie mache ich denn Zwiebelringe? Oh mein Gott. Muss ich die hier rausholen? Oha, es ist ein großes Tablett jetzt, was man hat. Ach, das macht der Chef schon hier. Guck mal, dann nehme ich das da mal mit. Guten Tag. Und bring das hin. Die Zwiebelringe. Ich helfe mal ein bisschen mit hier. Ne? Ja. Unterhalte mich ein bisschen mit den Gästen. Und guten Abend. Wie gefällt es ihnen hier? Ja, sehr gut. Okay. Wir wägen gerade aus. Das ist fein. Hier, mein Kollege kümmert sich um sie. Toll. So, ich helfe mal mit beim Kochen. Da muss ich hin. Ja, das macht wirklich Spaß. Das ist ganz klasse. Ja. Hä, was ist das denn hier? Ich suche gerade Sachen. Geld automatisch einsammeln. Es gab mal so ein Teil, dass man was kaufen konnte. So neue Gerichte. Hier, bei Food Egg. Soll ich mal eins kaufen mit 10 Robux? Ja. Was ist das? Essen. Man kann neues Essen auswählen. Ach so. Okay, ich wähle mal ein Essen aus. Ja. Und ich habe es gekauft. Steak, Burrito, Wasser oder Nachos? Wasser mal, oder? Wasser ist nicht schlecht, ja. Vor allem geht Wasser schnell. Du musst nur zum Kühlschrank laufen und das abgeben. Oder soll ich Optionen aktualisieren machen? Dann kann ich nochmal. Ich glaube, ich muss einen zweiten Koch einstellen. Oha, jetzt habe ich Nachos, Wasser und das gleiche. Also, auf jeden Fall. Wasser, ja. Und? Ich habe jetzt Wasser. So, ist fertig. Ich versuche jetzt mal, noch einen zweiten Koch einzustellen. Der Kellner. Hä, den Kühlschrank kriegt man ja kostenlos. Kann ich jetzt gar nicht. Den kriegt man ja kostenlos, den Kühlschrank. Ich habe einen Kühlschrank jetzt auf. Gut. Den kriegt man ja kostenlos, den Kühlschrank dazu, wenn man Wasser auswählt. Ja. Hast du gerade was Neues freigeschaltet? Ich habe jetzt noch Orangensaft dazu genommen. Ich habe auch Orangensaft genommen. Jetzt können die Leute nochmal Orangensaft bei mir bestellen. Ja. So, der Waiter hat ja ein Tablett, der kann jetzt beide Sachen tragen. Das ist sehr gut. Ich habe schon 5 Dollar in meiner Spendenbox. Mhm. In dem Spendenteil. Ach, da kann man ja noch eins kaufen wahrscheinlich, oder? Ich wollte noch Tische dazu nehmen. 50, noch einen Tisch. Ich mache mal noch einen Tisch hier. Ja. Den tun wir da mal mit dran. Oder hier hin. Und da machen wir noch einen Tisch hin. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. So, dann brauchen wir noch Stühle. Den Tisch will ich bewegen. Der kommt da hin. Da hin. Okay. So, hier wollen die Leute das und das. Jetzt brauche ich noch Stühle. Inventar. Stühle. Da nehme ich auch wieder diese schönen. Da sitzt zumindest noch ein Gast mehr dann. Tisch für einen erstellt. Ja. So, da muss ich aufräumen. Da hat jemand sein Essen nicht aufgegessen, oder? Ach nee. Das ist lustig. Wenn du irgendwas baust, dann bleibt das Essen stehen. Ja. Aber die Leute sind alle weg. So, und jetzt kann noch jemand kommen. Ich habe nämlich jetzt hier auch einen Wippkasten gekauft. Mach mal teleportieren. What? Du bist jetzt Manager in Oli Fantivo. Ich muss mich aber um mein Restaurant kümmern. Ah, du hast 1,2 Sterne. Hallo. Ich habe den Manager wieder weggemacht. Ja. Nee, hilf mir mal ein bisschen. Ja, das kann ich machen. Ja. Gaming-Ghost hinzufügen. Ja. Fertig. Hier, guten Abend. Wie schmeckt es Ihnen? Alles super, oder? Jawohl. Sehr gut. Mhm, mhm. Ich habe aber gar nichts zu tun hier. Ich weiß, weil alle hier... Alle machen alles. Ich kann mir mal ein Wasser rausholen. Nee, ich kriege noch nicht mal Wasser hier. Du hast ein schönes Restaurant. Das hattest du schon mal so eins. Ich habe ein anderes. Ich weiß. Ich habe ja einen Glaskasten. So, ich gehe mal wieder. Tschüss. Nein, warte. Du kommst eh nie wieder heim. Soll ich dich heimführen? Ja. Dann halt mal Shift gedrückt. Ja. Und lauf. Ui. Ach, da. Ich renne hinter dir her. Das ist ja witzig. Woher wusstest du, wo ich bin? Hast du eine Map? Ja, guck mal. Ich schicke dir mal ein Bild. Ich habe so hier... Ah, du hast eine Map. Ja. Genau. Home. Da ist es. Da ist mein Home. Da komme ich hin. Genau. Ach, da wohne ich hier. Ich habe ja sogar ein Zuhause. Hast du das gewusst? Ja. Ich habe hier Home. Und da wohne ich offensichtlich. Dann gehe mal in dein Haus. Ich gehe mal in mein Haus rein. Hier, Enter. Gaming Ghost House. Enter. Mit E. Ich komme aber noch nicht rein. Wahrscheinlich geht das noch nicht. Ah, jetzt bin ich drin. Das kannst du bestimmt einrichten. Das kann man einrichten. Super. Da habe ich jetzt mal... Vielleicht hast du da ein eigenes Restaurant dann nochmal. Neu. Baumodus. Okay. Home. Und zu Hause hätte ich gerne einen Sessel, wo ich mich hinsetzen kann. Das machen wir. Stopp mal. Bauen wir nicht weiter. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Da richten wir unser Haus mal richtig an. Das finden wir da. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Abo und like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao.